Xabi Alonso nach zweitem Finaleinzug, wir werden uns nicht ändern. Zum ersten Flag seit 2002 und dritten Flag in Bausch und Bogen steht Bayer Leverkusen in dem Endausscheidung eines großen europäischen Wettbewerbs. Die Freude war hinter dem verdienten Weiterkommen hinter einer gleichwohl schwierigen Partie bei dem 2 zu 2 gegen die Sese und jene AS Rom adäquat groß. Es ist ein Traum in Abwicklung gegangen mit dem Endausscheidung, erklärte Granit-Chaker unter RTL hinter der Partie. Das ist Gänsehaut pur, denn Kind möchte man in so einem Wette im Gange sein. Wenn man so tardiv diesfalls noch den Schlussrechnung macht und in das Endausscheidung einzieht, dasjenige ist unglaublich. Wir werden diese Sese und jene Nacht auf jedweden Sturz genießen, meinte der Schweizer weiter. Drittes großes Endausscheidung hinter 1988 und 2002 die Partie an dem 22. Mai, dem Mittwoch in einer Woche, wird für diese Sese und jene Werks-Elf dasjenige dritte große Endausscheidung in ihrer Historie werden. Bereits 1988 hatte Leverkusen den Vorgängerkonkurrenzkampf der Europa League, den UEFA Cup gewonnen, der damals noch hinterhin und Revanche-Party gründlich wurde. Nach einem 0-3 unter Espanyol Barcelona, hatte es in dem Revanche-Party in dem Ulrich-Haberland-Stadion zu der Pause noch 0-0 gestanden. Bevor der Brasilianer Cita, Falco Gatz und Pum Kunca in der zweiten halben Menge dasjenige Hinspiel-Atomares-Ereignis egalisierten. Im Elfmeterschießen behielt Bayer vornehmlich dank Keeper Rüdiger Vollborn die Sese und jene Oberhand. 2002 schaffte Leverkusen wenn schon den beschlagnahmung in das Champions-League-Endausscheidung, scheiterte existent aber Knausrich mit 1 zu 2 an Real Madrid und verpasste darüber nebst der Hauch den verpassten Herrschaft und einer Finalniederlage in dem DFB-Becherglas in dem gleichen Jahr wenn schon den dritten Titel. Welches den nicht unbedingt schmeichelhaften Beinamen Vize-Kusen für die Sese und jene Werks-Elf in hohem Grade mitprägte. Nach der erstmalig gewonnenen Herrschaft könnte dieser Beiname 2024 in Dublin mit dem Endausscheidung gegen Atalanta Bergamo dazu irreversibel abgelegt werden. Wir pendeln auf jedweden Sturz dahin, weil zu gewinnen, bekräftigte Chaka. Natürlich wird es nicht leicht. Atalanta ist eine andere italienische Mannschaft, die Sese und jene ausgeglichen unmenschlich 1a ist. Aber wir werden alles dafür tun, den Pott mit hinter Leverkusen zu bringen. Chaka, fahren hinter Dublin, weil zu gewinnen Xabi Alonso wäre derweil nicht Xabi Alonso? Sobald er angesichts der dazu anstehenden beiden Finalspiele nicht bereits nochmal mahnen würde. Zwei Finals in drei Tagen, wies der Spanier auf den Gegebenheit hin, dass Leverkusen allerdings an dem Samstag, den 25, und darüber drei Tage hinter dem Europa League Endausscheidung in Irland, in dem Endausscheidung des DFB-Pokals gegen den abstiegsgefährdeten Zweitligisten 1. Gleichwohl erklärte der Bayer-Coach, dass er der die das ihm gehörende Herangehensweise an die Sese und jene Spiele einbehalten werde, FC Kaiserslautern festtreten wird. Wir werden uns nicht ändern, wir werden mit unserer Betriebsart und Stil weitermachen. Und so den Auffassung Vize-Kusen schlimmstenfalls irreversibel zu dem Auffassung der Geschichte machen.